die reise nach tilsit wilwischken liegt am haff ganz dicht am haff liegt wilwischken und wenn man von dem großen wasser her in den parvefluß einbiegen will muß man so nah an den häusern vorbei daß man lust bekommt ihnen vom kahn aus mit ein paar zwiebeln es können auch gelbrüben sein die fenster einzuschmeißen um die schönen blanken fenster wäre es freilich schade denn wilwischken ist ein sauberes dorf und ein reiches dorf seine einwohner betreiben neben der haff und der flussfischerei einträgliche acker und gartenwirtschaft und die zwiebeln von wilwischken sind berühmt die stattlichste wirtschaft von allen ist die die an der mündung der parve gleichsam die scharfe ecke bildet und sie gehört dem ansas baltschuss der ansas baltschuss ist nicht etwa ein gewöhnlicher fischer der bei jedem raubfang sein teil einscherren muß und nie genug kriegt der am montagabend seine barsche in heidekrug unterm preis ausbietet und am dienstagnachmittag betrunken heimfährt der ansas baltschuss ist beinahe schon ein herr der mit den deutschen deutsch spricht wie ein deutscher der sich sein glas grog süßt wie ein deutscher und der sich bei seinen prozessen so gut zu verteidigen weiß daß er die anwaltskosten sparen kann er hat auch eine feine frau genommen der ansas baltschuss sie stammt aus minge und ist die tochter von dem reichen jakstadt dem die großen haffwiesen gehören daß er die indre jakstadt bekommen würde hätte keiner geglaubt denn um die rissen sich alle und sie ging so blaß und sanft an ihnen vorbei als ob sie eine sonnentochter gewesen wäre nun hat er sie aber und kann stolz auf sie sein sie hat ihm drei hübsche kinder geboren und sie sorgt für die wirtschaft als wäre sie mit der leime der freundlichen göttin im bunde ihre butter wird er von den händlern schon weggerissen wenn sie noch in der milch steckt ihr johannisbeerwein ist der kräftigste weit und breit und im brautwinkel stehen seit vorigen weihnachten zwei rote plüschsessel man erzählt sich sogar daß sie der kleinen elske wenn sie sieben jahre alt sein wird ein klavier kaufen will und dabei geht sie noch ebenso sanft und blaß ihres wegs wie sie es als mädchen getan hat und wird so rot wie ein nelkenbeet wenn man sie anspricht